Präsident Delling Dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest Liebes Fräulein Was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Was ist? Es tut mir schrecklich leid Ich bin nicht der Präsident Man nennt mich ein Dubel Es heißt, dass es in Timber viele Widerstandsgruppen gibt Wir haben euch hierher gelockt Dass ihr so einfach hereinfällt Ausgesprochen niveaulos Niveaulos? Ich habe jetzt lang genug gesessen, mein Fräulein Zeig mir bitte, was mit mir passieren soll, wenn ich Widerstand leiste Lest selbst, der ist furchtbar zu sprechen Hoffentlich ist er wenigstens besser zu hauen, als zu sprechen Und was natürlich auch von großem Interesse ist Hereingefallen Was hat er dabei? Nur Wider? Das ist ja gar nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber Ich nehme ein bisschen was mit von ihm Wider kann man nicht genug haben Es geht gar nicht Das war eigentlich schon komisch Ich habe in dem ganzen Level-Video und so Auf der ganzen Insel In Ifritz-Höhle Am Strand Im Wald Im Trainingslager Im Garten Ich habe nirgendwo mehr ein Vieh gefunden, das Vita hat zum Gorn Das Einzige, was dort anscheinend war, waren drüben in der anderen Stadt Dort, wo wir die Prüfung hatten Die Soldaten Die hatten Vita dabei Aber seitdem irgendwie anscheinend niemand bin Seltsam Nuspert der an mir rum Ich weiß nicht, ob ich das lecker finden soll oder nicht Das macht Spaß So viel Angst habe ich jetzt eigentlich nicht vor dem, muss ich sagen Oh nein, und er macht so schlimm viel Schaden Ich halte es kaum aus So, ich glaube, das reicht Meg hat eh nur noch einen Vita bekommen Ich glaube, das heißt, er hat jetzt 100 Dann hoffe ich mal, die anderen sind auch so nah dran Ne, das Selfie war noch nicht Sel, du darfst noch was mitnehmen Und Meg fängt dich an drauf zu raun Ich glaube, der könnte eh nicht mehr drauen Ich schaue noch mal Rebellen Töten Ne, er ist eh voll Dann haue ich den mal Homs 500 in die Schnauze Das tut gut, ne? Huch, da liegt er Huch, da steht er wieder Huch, da Oh Ah, so ist das Verdammtes Biest Oha, er ist zu einem ganz neuen Vieh geworden Oha, und er hat einen Arschvoll Zauber dabei Medica, Doppel Und noch zwei vollkommen Unbekannte Oha Namtal Uto Hm, besonders viel Schaden macht er trotzdem Zombie Hey, der Zombie-Zauber So, was war das denn jetzt? Tobsucht hatten wir hier noch Okay Gut, ähm Die Zauber hier sind einfach Viel zu viele und neue Und viel zu nette, tolle und so weiter Die hätte ich gerne Das bedeutet, ich mache jetzt hier mal noch eine Draw-Session Also Würde ich vorschlagen Bis gleich So Jetzt können wir weitermachen Zur Info Das hat jetzt Knapp über eine halbe Stunde gedauert So Wir haben Was hat er nochmal alles dabei? So Medica Doppel Und Tobsucht Haben jetzt alle 300 dabei So Zombie Hat Selfie 100 Und die anderen beiden haben Keine Ahnung Irgendwas Ist mir egal Aber das reicht jetzt Ich will den jetzt umbringen So Wie bringe ich den jetzt um? Das ist ein Untoter Also mache ich mir leichtes Spiel mit ihm Selfie kann Items einsetzen Selfie kann Phoenix Federn einsetzen Phoenix Federn Sind für Untote Richtig, richtig lecker Oh nein Ich bin tot Plop Puh Das hat lang gedauert Oh man Zur Zeit steht da nicht Wie lange es gedauert hat Pech gehabt Ich habe 8 Zombie-Puder bekommen Toll Und 20 AP für die GFs Puh Oh man Was macht man denn alles? Puh Das war tatsächlich ein Präsidentendubel Es regt mich auf Dass wir darauf hineingefallen sind Infos Infos Hört gut zu Ich weiß jetzt Was der Präsident vorhat Er will zum Fernsehsender Da sind jetzt extrem viele Soldaten Fernsehsender? Warum dann ausgerechnet in Timber? Von Galbadia klappt das doch genauso gut Ähm Chef? Hat das was mit dem Dollitz-Sendeturm zu tun? Was ist denn das schon wieder? Im Fürstentum Dollitz steht ein Sendeturm Mit dem Funkwellen gesendet werden können Er war zwar lange nicht in Betrieb Wurde aber von den Galbadianern reaktiviert Aha Verstehe Der Sender in Timber ist der einzige Der Funkwellen sendet Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse Und was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen Dadurch erreichen sie auch Gebiete Die keinen Kabelanschluss haben So viel weiß ich auch Ich wollte fragen Was genau der Präsident übertragen will Was machen die da unten? Warum will er Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden Auch in Gebiete ohne Kabelanschluss Was könnte das sein? Frieden auf der Welt Funkwellen gibt es seit 17 Jahren nicht mehr 17 Jahre Wenn die Unabhängigkeitserklärung Als erste Meldung gesendet wird Wäre das ein Wahnsinn Hey Vielleicht klappt das sogar Wir sollten uns das mal überlegen Kleinen Moment Seid ihr mal fertig? Wir sind fertig Eine neue Mission Oh ne Zeig mir vorher mal den Vertrag Ja klar Was steht da? Hm Der Bellemgarten Der Auftragnehmer trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule Auftraggeber über die folgenden Punkte Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu Sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen Unabhängig vom Aufwand und deren Folgen Mit der der Keine Peilung Ähm Wie? Zehn Habe ich auch nicht verstanden Als ich dem Direktor das sagte Hat er mir diesen neuen Vertrag geschrieben Euer Direktor ist wirklich nett Was steht da jetzt drin? Was steht da jetzt drin? Was steht da drin? Was steht da drin? Was steht da drin? Was steht da drin?